Und heute wollen wir mal genauer drücken. Mal schauen ob wir ein paar Power Spills bekommen. Los geht's. Zehnach. Zwei Stück. Okay, das waren wir noch. Auch nicht. Es geht ja schon wieder gut los hier. Wow. Und hier wird er auch noch 뒤에. Ich bin ein Schmieri messages. Wann muss ich auf? Bist du soll? Ein Schmieri. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ein Hüpfer! Oh, ich habe nichts dazu! Schweinelei! 5, 2, 1, so geil! Tja, was für einen hohen Zahn hier! 5, 2, 1, so geil! Wir wollen auch zwei! 3, 2, 1, so geil! Tja! aber nicht heute spielwechsel haben wir noch gesehen so dann gibt es hier mal eine freie spiele das ist eine schöne 5er Reihe mehr hat er nicht so dann wollen wir mal hier reinschauen ganz nach hinten ich habe es befürchtet na kompe das soll nicht werden wenn ich fertig bin eieieieiei so dann wollen wir mal heute hier reinschauen 2 euro spieleinsatz 13 freispiele los gehts so dann müssen wir bei weiter brauchen Der Pilz, so wird die Suppe aber noch nicht fertig. Die Anerkrappel brauchen wir noch. Na, da ist er. Pott voller Jolt, sieben Preispiele dazu. Oh, das ist nochmal so ein Strunk. Noch mal gleich die nächste Runde. Davon haben wir schon noch den anderen. Der Pilz, naja. Kommt nicht mehr das andere Flugzeug. 134. Na ja. So, dann kommt hier mal eine Runde rein. 2 Euro Einsatz, 10 Preispiele. Ja. Ein K macht aber so. 2 Euro. Das ist ja schon wieder eine üble Veranstaltung. Naja, geht doch. So, dann gibt es hier mal 10 Preispiele. Los geht's. Los geht's. So, dann 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 geht's. Ja, aber nie mag ich mehr. Ach, Heinkel! Kann uns ja erstmal nichts passieren. So, die Ollamee um die Ecke kommt. So, es kommt, rückt ein bisschen was raus. Kann doch nicht sein. Genau 10 Freistiere, na wahnsinn. Und da waren wir wieder bei Null. So, nochmal so ein Kilch. Und ein Büchlein. Das ist erstmal eine Sonne. Boah, ein Bisch mit bei. 1550. Okay. Auch wieder schon. So, dann erhöhen wir mal. Wie viel haben wir noch? 20? Na ja, für ein paar Drehungen reicht es. 12. 4 5 ein fatter jackpot dabei muss jetzt noch eine freispiele kommen tuti kaputti Ach, siehste, haben wir ja wieder hier unsere letzte Chance. So, dann machen wir 15, 16, machen wir damit. Ach, jetzt kommt, wir drücken vielleicht letzter durch. Nö, heute nicht. Tja, das war das, einmal nix. Und heute mal eine Runde Lord of the Ocean 6, los geht's. Naja, ist ja nicht gerade die beste Wahl, ne. Das war's. 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 Ich zorbe, jetzt bin ich. Das war's. und heute schauen wir mal eine Runde bei Indian Ruby rein. Los geht´s, 2 Euro Einsatz, gucken ob sie kommen. Da sind sie schon, gleich 2 Stück. So ist bis hinten durch, ach nicht ganz. Die waren schon mal weg. Los kommen nochmal 2. Jetzt holen wir einen Ticken mehr. Oh, die Lücke da schon was hier. Na geil. Zumindest jetzt kommen sie. Viel zu viele Lücken. Und jetzt haben wir eine Vigna. Schweinerdreihe. Okay. Na. Na. Keine mehr in Sicht. So. Dann Spielwechsel. Ne. Die gucken wir uns noch an. Ja. Selber in Grün. Wollen einfach nicht mehr werden. Dann. Jetzt legst wir mal arbeiten. So.